so hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen aber feinen info video und zwar zu grey einem horrorspiel was ich und der broship lp let's playen werden demnächst im neuen jahr wird es wahrscheinlich anfangen wir haben heute den 23 dezember wo ich dieses kleine info video aufnehme wir freuen uns beide drauf also ich wahrscheinlich mehr als er er freut sich jetzt nicht so sehr drauf aber wir machen es wie bei cry of 4 wir spielen parallel und nehmen auf und ja wir freuen uns wie gesagt drauf und hoffe und wir hoffen ihr freut euch auch drauf das ist erstmal das info video wie gesagt im neuen jahr wird es dann wahrscheinlich losgehen und bis dahin sage ich dann jetzt erstmal bis zum nächsten mal bis zu einem anderen let's play wir sehen uns wieder wir freuen uns auf euch der broship lp und ich wenn es heißt let's play ray